Morgen. You can dance. Das letzte Casting. Unsere Jury entscheidet. Wer rausfliegt, war katastrophat. Und wer weiterkommt. Wenn du so weiter tanzt, wie du heute getanzt hast, dann steht dir eine riesen Zukunft bevor. Sat.1 sucht Deutschlands besten Tänzer. You can dance. Das letzte Casting. Morgen um 20.15 Uhr. Das letzte Casting.